So, willkommen zurück zu einem weiteren Video und heute spielen wir, lass mich das Mikrofon kurz mal richten, No Gravity und zwar mit anderen Leuten und oh mein Gott, wir sind hier irgendwo im Nirgendwo, das ist ja crazy. Hallo! Na? Wir werden natürlich direkt in unser Haus gehen. Hola! Und heute sind tatsächlich andere Leute dabei, was ist denn hier los? Wir sind hier auf dem No Gravity Server mit anderen Menschen und hier ist das Portal, durch das wir quasi gekommen sind und ja, das Ganze wird ziemlich interessant, ziemlich lustig und wir werden natürlich, wir sind natürlich immer noch auf derselben Welt, also Leute, nicht irgendwie ausrasten, wir haben immer noch dieselben Sachen. Ich habe mir nur gedacht, dass es vielleicht passender wäre, wenn ich auch hier starte bei allen anderen und unaufhellig jetzt abhaue und zu meinem Haus gehe, denn es ist zwar ziemlich cool hier und so, aber ich glaube nicht, dass ich hier irgendwie, weiß ich nicht, hausen möchte, weil ich ja schon ein Haus habe. So, ja jetzt sind auf jeden Fall andere Leute dabei, Viertel Zwilling, das ist mein zweiter Account, mit dem ich das Redstone mache, der ist nebenbei noch, vielleicht mache ich Minecraft da währenddessen nochmal aus, aber von den FPS geht es ja gerade. Ich bin noch gerade gar nicht in meinem Resource Pack, fällt mir gerade auf, einfach, genau, ich hatte ja vorhin so ein Video hochgeladen, bei dem ich den Respekt nochmal erklärt habe, sozusagen allen, die mitmachen, weil es natürlich ein bisschen komplizierter ist, als einfach nur, los, wir spielen mal ein bisschen eine Runde Minecraft und deshalb habe ich einfach mein Resource Pack rausgenommen, weil sie einen auch gefragt haben, ist das jetzt Pflicht, ja? Ähm, deswegen werde ich das ganz kurz einfach nochmal, ne, verdammt, ah, jetzt ist es da falsch rum, Moment, Moment, es ist wichtig, dass das Server Resource Pack ganz oben ist, für die anderen Leute ist es das Server Resource Pack, für mich, weil ich das Resource Pack hier erstelle, ähm, ist es ein eigenes, ganz normalen Ordner, dass ich dann immer hochlade auf den Server, damit die anderen Personen das dann haben. So weit, so gut, so weit, so gut. Okay, ich habe manchmal das Gefühl, dass dieses, dass dieses Resource Pack irgendwie extrem imperformant ist, ich glaube, ich muss da noch ein bisschen was fixen. Naja, das schauen wir dann nochmal. Gut, wir öffnen auf jeden Fall zurück zu unserem Haus und verstecken uns vor den anderen. Da hinten ist der Spawn, den sieht man vielleicht manchmal so ein bisschen durchglitzern mit diesem, ähm, Marker-Armor-Stand, der da den Spawn, äh, äh, zeigt. Und ich werde, warte mal, da war unser Haus, genau, so, ich habe wieder richtig krass Orientierung, kann auch ganz kurz noch den Baum hier mitnehmen, ich meine, ein bisschen Minnekraft, Anfang hier so, ne, ist ja ganz klar. Und für die Leute, die neu bei mir sind, NoGravity hat bei mir angefangen mit, als ein Singleplayer-Projekt, eigentlich hat es aus einem Spaßprojekt angefangen, weil dieser neue Tag NoGravity, beziehungsweise der alte Tag NoGravity, mit allen Entities möglich war und der hat sich ein bisschen anders verhalten als normalerweise. Und deshalb habe ich mir gedacht, hey, das wird auch lustig, wenn alle Entities keine Schwerkraft haben. Das hat sich dann ein bisschen weiterentwickelt in ganz, ganz viele kleine Mods und Ideen, die ich quasi umgesetzt habe, einfach mit Command-Blöcken. Und dann ist das hier entstanden, ein Projekt, wo ich so, so viel Spaß drin habe, wie in noch keinem anderen Projekt bisher. Und da sind wir auch schon, in dem, was wir bis jetzt mal geschafft haben. So, hier irgendwo müssen auch unsere Items liegen. Ich habe einfach meine Player.Datei gelöscht, da sind unsere Sachen, und die ganzen Items einfach weggelegt, und einfach damit wir quasi genau da in diesem Portal spawnen, wie jeder andere auch. Yay! Und das ist sozusagen das. Ich hoffe mal, dass bei allen anderen das auch funktioniert, aber es dürfte ja eigentlich keine Probleme geben. Oder leckt der Server. Dann wäre das natürlich echt doof. Naja, das geht ja schon. Easy. Perfekt. Gut. Dann würde ich sagen, wir... Oh, hier ist noch ein Endertag. Der muss gekleert werden. Moment. Ha, das habe ich fast übersehen. Ich habe nämlich extrem viel hier rumgespielt, mit Sachen. Zum anderen, äh, zum einen halt diese neuen Items hinzufügen, und zum anderen halt auch hier in der Welt ein bisschen was probiert. Und mit diesen Items rumgespielt. Und ja, dafür habe ich halt Viertelzwilling benutzt. Und habe irgendwie, wahrscheinlich aus Gewohnheit, die Sachen hier reingepackt. Also, beziehungsweise dieses eine Item. Mehr hatte ich dann auch nicht. So, ähm, Diamantschwerter sind noch, haben kein Model bei mir, genauso wie Bögen. Liegt an meinem Extra-Pack. Das sorgt dafür, dass hier, ähm, neue Bögen und sowas reingefügt werden können. Ich werde nochmal eine Textur machen für diese Sachen, damit ich keine Dings brauche. Ich werde wahrscheinlich auch die Diamant- und, äh, also diese Diamantsachen wegmachen. Und es bei Steinsachen belassen. Wir werden wahrscheinlich nicht so viele Items brauchen. Deswegen, ähm, lasse ich das wahrscheinlich bei Steinexten, Steinspitzhecken. Oder beziehungsweise auch vielleicht einfach eine Eisenspitzhacke, weil das höher geht's ja nicht. Ähm, und das war's dann auch. Dass Diamantspitzhacken wenigstens wieder normal aussehen. Genau. Oder ich mach noch ein Edit extra, wo ich meine Models dann noch reinpacke. Keine Ahnung. Mal schauen. Gut. Wir wollten den Keller ausheben. Das habe ich auch offscreen ein bisschen gemacht, wie ich es gesagt hatte. Aber auch nur ein bisschen. Ja, nicht so ein bisschen AFK. Brain AFK war. Hier haben wir jetzt sozusagen unsere kleine erste Etage, die natürlich noch ausgebreitet werden muss. Und hier hat sich natürlich auch noch nicht viel geertan. Und es muss natürlich auch noch hier alles irgendwie freigeschaufelt werden. Ähm, ja, wir haben richtig viele Leute mit ins Projekt bekommen, beziehungsweise ich, die auch sehr, sehr begeistert dafür waren. Zum Beispiel der Basti zockt und auch die EFLP möchte mitmachen. Was ich ziemlich cool finde. Zum anderen haben also Leute auch wie Farmo und die Freunde von Basti, beziehungsweise die Leute, die Basti vorgeschlagen hat, Itz Daro und Extremverzocktes ins Projekt geschafft. Das finde ich ziemlich cool. Des Weiteren ist noch DanielP dabei. Die habe ich auch schon so lange nicht mehr mit der was gemacht. Und es ist ziemlich lustig, dass wir uns dann über das Projekt hier wieder irgendwie, keine Ahnung, wieder getroffen haben sozusagen. Ja, das ist ziemlich cool. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele nette Menschen dabei. Ähm, und das finde ich ziemlich cool und ziemlich wichtig auch. Denn in dem Projekt geht es ja auch irgendwie größtenteils darum, dass jeder irgendwie Spaß hat. Und wir benutzen mal nicht unsere Spitzsacke dafür. Wir nehmen mal Null. Wir machen davon eine Eisenspitzsacke und schaden die. Und dann dürfte das gehen. Übrigens, ich habe den hier noch umgestellt. Das war auch noch eine der unglaublichen Sachen, die ich gemacht habe. Und ich habe keine Level mehr, weil ich ja meine Player-Datei gelöscht habe. Ah, da wird das doch nichts mit den Schaden. Egal. Ich ziehe mal unsere Rüstung wieder an. So. Okay. Wir machen mal weiter, wie wir es gewohnt sind. Ich finde, ich fühle mich ein bisschen doof, weil ich, ähm, sozusagen voll den Vorsprung habe gegenüber allen anderen. Aber da wir ja miteinander spielen, dürfte das kein Problem sein. Ansonsten hätte ich natürlich auch immer einzelne Leute eingeladen und das wäre irgendwie nicht so cool gewesen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So ist es irgendwie schöner. So als Projekt. Gut. Dann, ja, würde ich sagen, es ist Freitag für mich gerade. Heute, ihr seht es dann morgen. Ähm, am Samstag um 18 Uhr. Dürfte es, müsste es bei jedem freigeschaltet werden. Ich hoffe mal, dass das jeder hinbekommt. Aber ich denke mal schon. So. Ihr müsst auch wahrscheinlich dann sehr, sehr schön bei Basti vorbeischauen. Denn Basti hat, äh, wieder eine sehr, sehr schöne Roleplay-Sache gemacht mit mir. Beziehungsweise wird die noch gemacht haben. Bis Samstagabend. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Da müsst ihr mal vorbeischauen bei Basti und vor allem auch bei den anderen. Auch bei Daniel P. Und bei Farmo vor allem. Farmo ist wahrscheinlich wieder... Ich habe eben gerade im Spectator-Modus gesehen, was Farmo gesehen hat. Und ich habe mich so kaputt gelacht. Ich will euch nicht spoilern, aber da müsst ihr mal reinschauen. Also wirklich, das ist echt extrem lustig. So, was da wieder abgelaufen ist. Ich kann mir vorstellen, dass Farmo sich da sehr, sehr gefreut hat. So. Hm, ja, genau. Das ist sozusagen das. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen Sachen für unsere Spezial-Items farmen. Zum Beispiel für den Endertag. Würde ich gerne. Den würde ich unbedingt so schnell wie möglich haben. Weil ich den total cool finde. Weil, ja, dafür brauchen wir halt Enderperlen, Diamanten und eine Name-Tag. Ich weiß gar nicht, haben wir eine Name-Tag? Haben wir eine Name-Tag? Hm. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt wirklich nicht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen noch einen Name-Tag suchen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch Dungeons looten. Was relativ wichtig ist. Ich mache nochmal folgendes. Tipp. Boote. Okay. So, damit die auch wieder ein bisschen was zu tun haben. Die Chaoten hier. Okay. Dann. Gehen wir mal hier runter. Hm. Ja, Boote sind halt echt scheiße OP. Aber ich will halt. Deswegen mache ich jetzt hier auch diese verschiedenen Etagen. Damit ich hier unten auch noch so eine kleine Anlegestelle habe für Boote. Falls jemand hier so auf der Höhe baut. Dass ich dann zu ihm rüberfliegen kann. Die dürfen ja alle da drüben ungefähr sein. Und. Ja. Ich habe es halt wie gesagt ein bisschen weiter weg von meinem Haus gemacht. Einfach. Keine Ahnung. Damit das. Ja. Damit mein Haus nicht so direkt ins Gesicht geht. Wenn die ein neues Projekt anfangen. Das war natürlich ein bisschen doof. Genau. 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 Cool. Cool. Die werden sich jetzt. Also ich hoffe mal, dass ich jetzt keinem über den Weg laufe. Und die sich dann so wundern. Moment mal. Kommt ein bisschen doof in der Folge, glaube ich. Ach. Vielleicht bin ich auch. Vielleicht denke ich auch einfach nur irgendwie kompliziert. Man weiß es nicht. Ich habe irgendwie ein bisschen Kopfschmerzen. Ich rede auch so komisch, ne? Ach. Komisch. Komisch. Ach man. Hm? Was? Das kann nicht sein. Auch wenn er es liegt? Ne, 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 ne. Ich schaue mir das nochmal an. What's up? Der hat doch keinen Bug entdeckt. Haha. Das schauen wir jetzt live nach, Leute. Geh, geh. Ah, hier. Seht ihr, was ich meine? Wenn ich auf einem Server bin, dann sind da irgendwelche Bugs. Denke ich mir so, alter, Hilfe. Ich mache alles falsch. Hm? Hm. Bei mir geht's. Vielleicht. Moment mal. Hm. So. Okay. Gut, jetzt wird es bei denen auch funktionieren. Hauptsache, sie sneaken, während sie es abbauen. Gut. Wir sollten vielleicht, also ich wollte ja auch noch den Keller hier ausbauen, beziehungsweise einfach die Verbindung von dem Haus zu dem hier machen. Und das können wir natürlich jetzt hier tun, wenn wir den Weg hier weiterbauen. Wird irgendwie nicht so spannend heute, muss ich sagen. Ich würde einfach mal empfehlen, mit den anderen vorbeizuschauen. Die sind eh viel cooler als ich. Haha, Noob. Warum hat er sich denn mit einem Enderman angelegt? Ist der verrückt? Das ist doch hart. Ach, Mann. So. Okay, Leute. Easy. Ich muss mal schauen. Vielleicht müssen wir auch den Server aufstocken, falls es hier laggt. Wegen den ganzen Command-Blöcken oder vor allem wegen den ganzen Leuten. Hm. Da muss ich einfach mal schauen. Kann ja sein, dass es deswegen ein bisschen hängt. Aber das kriegen wir schon hin. Das dürfte schon gehen. So. Alter. So. Ist da jemand? Habe ich da gerade jemanden gesehen? Nee, ne? Nee. Da ist alles supi. Okay. Gut. Dann haben wir hier jetzt schon mal einen Gang. Und der Gang muss natürlich noch ein bisschen nach da. Ausgeweitet werden. Und dann, äh, ja. Sind wir auch schon fast durch. Crazy. Okay, dann machen wir das jetzt einfach noch schnell. Und verkleiden den vielleicht noch supi. Und dann, äh, haben wir da was extrem Produktives geleistet, muss ich sagen. So. Es geht mir gerade auf den Keks, dass die Blöcke wiederkommen. Ach, Mann. Die wahrscheinlich generieren jetzt gerade die Welt. Aber das dürfen sie natürlich auch tun. So. Wobei ich wahrscheinlich die Sichtweite vom Server noch runterstellen muss. Mal schauen. So. Einfach damit es nicht so hängt. Aber läuft der eigentlich relativ flüssig. Also dafür, dass gerade so viele Mods drauf sind. Und alle Leute die Welt mehr generieren. Ah, ist schon in Ordnung. Kann man so lassen. So. Schauen wir mal, wie das dann später aussieht. Wenn alle irgendwie automatische Farben haben oder so. So. Da bin ich ja echt mal gespannt, wie das dann aussieht irgendwann. So. Und ob ich da noch irgendwas ändern muss. Hm. Aber hey. So. Das werden wir dann zusammen herausfinden. Geilo. Na, Schwein. Das habe ich übrigens beim Test benutzt für den Endertag. Da bin ich mal darüber tippet, um dann ins Wasser zu fallen. Sehr lustig. Haha. Huch. So. Was ist denn da draußen los? Hm. Ich höre irgendwelche Töne, die mich verrückt machen. Aber ich weiß nicht, woher sie kommen. Und ich kann sie nicht identifizieren. Ich mache... Ich habe irgendwie gerade ein bisschen Panik. Hilfe. So. Gut. Das ist ja die erste... Das erste Duo, was übrigens auch aufnimmt. Das sind ja extrem verzockt und Daraus zusammen. Das heißt, die nehmen zusammen auf. Da können die natürlich auch mal vorbeischauen. Gucken, was die dann zusammen anstellen. Würde mich auch mal interessieren. Ich gucke auf jeden Fall die ganzen Folgen mal. Und gucke mal, wie die das finden. Ob ihnen das Projekt genauso viel Spaß macht wie mir. Und ob sie vielleicht genauso verblüfft sind wie ich, wie am Anfang. Wie irgendwie alles komplett anders ist. Wenn die Entities keine Schwerkraft haben. So. Ach man. Ich weiß gar nicht. Ich habe heute kein Thema, über das ich reden kann. Das redet mich gerade so ein klein wenig auf, muss ich sagen. Ich bin so komplett durcheinander. Also ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier tun soll. Bin müde, weil ich so viele Command-Blöcke geschrieben habe. Aber ich habe so viele hinzugefügt. Das gibt es gar nicht. Das ist einfach richtig crazy. Es gibt jetzt zum Beispiel auch Sternschnuppen. Die Nachts spawnen. Eine pro Nacht. Und da kann man dann die Sternensplitter sammeln. Und mit den Sternensplittern kann man sich eine Rüstung machen, die aus Sternenstaub besteht. Hui. Die kann noch nichts, aber die ist unzerstörbar und ist cool. Das heißt, da kommt noch irgendwas. Irgendwas mache ich da noch. So. Hm. Hm. Ah, das wird schon irgendwie was Cooles werden. Vielleicht, eventuell. Nee, die sollte dann später solche Effekte haben, die nur nachts funktionieren. Weil die auch irgendwie in der Nacht gecraftet worden ist und so weiter und so fort. Also es gibt schon irgendwie einen Sinn. Und das wäre dann sozusagen eine der neuen Klassen. Also es gibt einmal Sternenstaubzeug und aus dem End, beziehungsweise, ja, End ist ja irgendwie allgegenwärtig. Eigentlich ist sozusagen diese Endmagie, weil Endermänner natürlich diese Magie auch mit rüber-TPen können. Ist ja ganz klar. Was alles ein bisschen mit Entteleportation und Magie zu tun hat, ist alles immer Ender. Und der Rest, der mit solchen Effekten und so weiter ist, der wird dann wahrscheinlich mit diesem, ja, das Celestial-Zeug quasi sein. Diese ganzen Sternzeuge-Sachen. Und ja, vielleicht gibt es dann auch solche Spezialsternschnuppen, die nochmal was anderes droppen oder so. Man weiß es noch nicht. Da könnt ihr mir gerne mal was in die, keine Ahnung, irgendwie was in die Kommentare schreiben. Ansonsten gibt es natürlich dann noch einen Bogen für die jeweilige Enderklasse und den, äh, und das, das andere hier mit dem, ne, genau, mit dem Zeug, für das andere Quatsch. Genau, ich kann reden. Ich bin heute überhaupt nicht müde und überhaupt nicht verpeilt, Leute. Alles ist super. Ach man, was wollte ich gerade tun? Ach, warte, ich wollte noch was machen. Haha, warte. Hm, so, okay. Hm, da, 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 da. Perfekt. Also ich habe jetzt nicht zufällig vergessen, dass eigentlich, äh, naja, sich die Sonne bewegen sollte in einem Projekt. Haha, okay, aber jetzt bewegt sie sich wieder. Und jetzt Daraus ist mit seiner Folge fertig. Und extrem verzückt auch. Coolio. Leute, das ist schon crazy. So, ich würde sagen, wir bauen hier mal ein bisschen weiter noch. Und machen uns, das geht ja nicht, wir braten uns noch ein bisschen was. Wir braten uns gar nicht lange. Das müssen wir erst mal braten. Yo, nennt mich Gronkh. So, ich mache hier noch mal ganz kurz zwei, drei Stück. So, zack. Ach man. Mehr Öfen, mehr Feuer. Ja. So, dann machen wir uns einfach noch ein bisschen Steine. Man kann nie genug Steine haben, Leute. Ganz klar. Ganz klare Geschichte. Ich habe keine Pfeile dabei. Ach man, diesmal überlebst du noch, mein Schweinchen. Diesmal, diesmal lasse ich dich noch in Frieden. So, wir müssen uns auf jeden Fall dann hier so am besten irgendwie so mit Stormbricks voranarbeiten. Oder irgendeinen anderen Block suchen. Vielleicht können wir auch den Granite oder so nehmen. Oder Diorite. Also, wenn dann Diorite... Ne, nicht... Warte. Wack. Es gibt Neandesit, Diorite und Granite. Ich glaube, Diorite war das Weiße, ne? Mit dem Weißen könnte ich mich anfreunden. Hm, mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Vielleicht kriegen wir das irgendwie hin. Nicht wahr, Schwein? Du, Monster, du... Dich hole ich noch. Hm. Stein, Stein, Stein. Mal kurz gucken, wie das dann aussieht. So. Ja, ich denke auch mal, dass das eigentlich ganz in Ordnung aussieht, dann, wenn man hier einfach... So. Ja, das kann man schon machen. Vielleicht texturier ich das auch noch um. Vielleicht passt es dann irgendwann besser. Mal schauen, mal schauen. So, zack. Ich finde den Koppelstern an sich relativ schön. Problem ist nur, alles aus Koppelstern bauen ist auch nicht so Sneake. Schneeke, meine ich. Ähm, weil... Naja, wir sind ja jetzt in einem Multiplayer-Projekt, Leute. Da muss man auch drauf achten, wie es bei anderen Leuten aussieht. Ach Mann. So. Aber hey. Gut, dafür haben wir natürlich jetzt richtig coole Leute dabei. Von denen wir uns dann immer Diamanten klauen können. Borgen. Borgen können, genau. Diamanten borgen. Voll toll. So. Okay, einmal kurz hier reingraben. Geht das? Jawoll. Äh. Ja. Oder sogar noch Kohle. Und los. Wuhu. Coolio. Ach, die Musik gefällt mir nicht. Besser. Viel besser. So. Ich muss mal ein bisschen aussatieren wieder, glaube ich. So. Ich dachte auch schon, dass ich ein bisschen Animal Crossing-Zug noch mit reinpacke. Das hat ja auch keinen Copyright. So. Das heißt, äh, ja. Also Nintendo-Musik und sowas kann man immer benutzen. Was ich ziemlich geilo finde. Farmo ist an Kühlerkraft gestorben. Das ist aber echt ein bisschen peinlich. Ach, Mann. So. Ja, toll. Jetzt ist Farmo geragequited, Leute. Ich würde sagen, deswegen geragen wir jetzt auch gleich. Ich werde es, glaube ich, einfach offline weiterbauen. Und das nächste Mal sehen wir uns dann vielleicht sogar mit dem richtigen Thema. Woho. Ähm. Ja. Das wäre ziemlich gediegen. Ach, Mann. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Leute. Und dann werden wir auch ein paar Endermänner noch jagen. Und vielleicht dann so eine coole Enderman-Farm-Station bauen. Mit so einem coolen Dach drüber. Das würde ich dann schön sicher sind. Ähm. Weil. Dann können wir dann diesen Endertag bauen. Und wir brauchen ja, wie gesagt, noch den. Wir müssen auch noch unbedingt einen Mob-Spawner finden. Bevor die anderen den wegklauen. Oh nein. Hilfe. Ja, lasst uns das tun. Das gehört sich nach einem Plan an. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Und kauft mal ein Merch. Das ist ganz klar. Und ja, ich habe keinen Merch. Leute, ihr müsst das nicht immer wieder in die Kommentare schreiben. Das ist voll der Witz. Weil ich sage erst, dass ich euch lieb habe. Und dann verlange ich von euch, dass ihr mein Merch kauft. Versteht ihr? Nein? Okay. Dann würde ich sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dann. Tschüss. Ha.